So ein bissel verzockt den ganzen Mist, aber nicht gleicht das jetzt einigermaßen aus, ich geb mir mir... Ist halt doof, weißt du, mit einer Hand und überall... Warum ist das so unscharf? Musst ja so weit weg gehen, dass das scharf ist. Krass. Rauchen. Ja, aber rauchen wir halt jetzt so kurz so... Rauchen Pause, oder wie war das? Ja, also... Ja, desinfiziert. Wie sauer hier. So, um die Uhrzeit egal, oder? Um die Uhrzeit achtet doch da keiner mehr drauf, ob es jetzt desinfiziert ist oder nicht. Oder wie war das? Mein Herr, ich schiee... Boah, aber das ist schon schwierig so auszugleichen. Ich hab's an der einen Stelle verzockt, also hier, äh, ich kann ja jetzt nicht da... So, es gibt zu viel, haben wir sieben, voll unscharf. Also die eine... Jetzt muss ich aber komplett... Oder so... Jetzt muss ich mal kurz drauf... Na ja, von der Führung her läuft doch hier jedenfalls schon mal gut... Oh... He... Na ja, das ist zu wenig hier... Das ist aber gut, oder? So... K... Kanten... Äh... Oh... Sieht auch gut aus hier, oder? Oh... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hehehe. So, jetzt hast du dein Klopapierblümchen aus der Blumenstraße, Klopapierblümchen aus der Blumenstraße hier direkt straight auf mein Bein hier. Oh Gott, sowieso eine Mist im Kopf hier. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Ist okay, oder? Ne, das kotzt. Na, scheiß drauf. Machen wir mal irgendwas draus. Ja, aber besser als gar nichts, oder? Boah, kann ich immer alles haben, also so, dann langt auch so. Ich bin jetzt ruhig und lass es einfach mal. Ach, wann gehen wir schlafen? Er singt schon. Ade, ich wünsche euch was, einen schönen Abend noch, oder was weiß ich. Und wie sagt man dazu? Guten Morgen. 4.09 Uhr haben wir jetzt, glaube ich. Kann man das lesen. Kann man es erkennen. Hey, die ist voll völlig undscharf, das scheiß Ding hier. Naja, alles steril hier. Achtet nicht drauf. Das ist alles safe hier. Das ist ja nur mein Bein. Oh nein! Die Farbe geht nie wieder raus. Ja, hier. Vom letzten Mal schon. Naja. Scheiß drauf. Mit dem kann ich leben. Wenn mich Blümchen nennt, der kann doch mit so einem scheiß Fleck da auf meiner Hose leben, oder? Ja, okay, ich geb's zu. Hier haben wir noch mehr Hosen. Zwei, drei. Ne, äh, eine. Ne. Ist ja auch egal, um das geht's ja gar nicht. Auf jeden Fall hab ich dein scheiß Toilettenblümchen jetzt hier drauf. So. Macht's gut.